Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit Weihnachten 2017 Remastered. Weitiges Adventure. So, mal gucken wir, was jetzt hier weiter geht's. Okay. Einmal die mit hier. Welches Team ist besser, die Toronto Griggin Erbs oder die Montreal Cold Coins? Keine Ahnung. Ich bin kein Eishockey-Fan. Krieg ich von dir auch noch was? Nö. Okay. Post ans, ja. Ich brauche jetzt erstmal, ach so komme ich da nicht rum oder was? Ja gut, dann gehen wir mal da rein. Gut. Hallo, ich bin sehr froh, dass du uns aushilfst. Wir ertränken in Postsendungen. Sortiere die Pakete, trage die Briefe aus. Versprich mit der Märchen-Fail. Die Sortiermaschine ist schon wieder kaputt. Kannst du die restlichen Pakete sortieren? Die erste kommt in das Land, wo der höchste Berg, der denen nahe ist. Den Rest musst du schon alleine herausfinden. Ich hoffe, du schaffst das. In welchem Land der höchste Berg? Ich nehme mal die Maschine. So, das ist fünf. Das vierte Paket, das an Monaco grenzt. Ach du Scheiße. Das dritte Paket geht in ein Land, dessen Hauptstadt Bratislava heißt. Welches war das? Das dritte Paket. Dann nehme ich die mal als Bratislava. Sebern. Ich behaupte einfach mal das Bild. Vielleicht war das sechste Paket oder fünfte. Fünfte Sebern. Das vierte Paket. Das an Monaco grenzt. Das hat die meisten Nachbarn nicht. Ich glaube, das ist China. Ich glaube, China hat das Bevölkerungsreich gelandet. Dann mache ich das. Dann mache ich das. Das fünfte Paket, dessen längster Fluss den Namen Sebern trägt. Ja, da muss ich suchen. Da muss ich googeln. Vereinigtes Königreich. Okay. Hätte ich nicht gewusst. Welches war das? Das fünfte, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Das hätte ich nicht gewusst. Ansonsten war ich richtig. Ha. Jut. Gut. Das war ja... Jut. Ähm. Können Sie uns helfen, die Briefe in den Straßen Jonge und Robsen noch zu tragen? Leider hat sich unser Postbote Johnny beide Beine gebrochen und ich habe keinen Satz für ihn. Jo, mach ich doch. Dafür bin ich ja da, ne? Aushilfe Digi der fliegende Postbote. Jipp. So, dann marschieren wir mal wieder in diese Richtung. Halt. Habe ich den Hebel denn schon gelegt, ne? Jut. Okay. Hast du was? Eine war Frankreich an die Nähe. Ja, okay. Ja, ich mach hier erst. Hier rum. So. Wo gehen wir da hin? Robsenstraße. Hm. So. Da kommen wir noch nicht hin. Ähm. Okay. Ähm. Ja. Na, gehst du bitte da runter. Danke. Okay. So. Dann gehen wir hier noch rum. Wie ist das? Ja. Kakao. Na ja. Zumindest ein bisschen Energie. So. An der Zweite. Okay. Ähm. Okay. Ähm. Ähm. Okay. Ähm. 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 Ja. Liegt hier aber nirgendwo. Ne. Da liegt nix. Da liegt nix. Ja. Dann gucken wir mal wo wir die finden. So. Welche Straße? Kannst du die Krillguss zum weißen Hund in dem alten Haus in der Robsen Street bringen? Ich kann ihn heute nicht besuchen. Nur um euch zu glatt. Aber auch nur weil du da bist. Da unten komme ich auch noch rum. Ja. Ich glaube da unten komme ich wieder zurück. Dann. marschiere ich jetzt erstmal hier wieder zurück. So. Das war das. Oh. Oh. New Jutes. Oh. Dann marschieren wir jetzt hier unten rum. Da komme ich nicht rein. Da komme ich auch nicht rein. Nein. Da komme ich nicht rein. Okay. Da gehe gerade Tür auf. Gut. Und. Alles mitnehmen was nicht uns gehört. Rauchenklo ist ein Fisch. Wie immer. So. Guck mir rein rein. Wieso habe ich keinen Brief mehr? Hä? Wien dicht stehen. Jep. Ähm. Irgendwie fehlt mir ein Brief. Ach so. Den habe ich vergessen mitzunehmen. Sind sie da doch direkt? Die stehen da rum und sagen nichts. So was aber auch. Verstehen die einfach da und sagen nichts. Juhu. Der Weihnachtsmann hat geantwortet. Was hast du gesagt hier? Hey Digi. Komm und trinke eine Tasse Tee im Haus. Um dich aufzuwärmen. Die muss kalt sein. Jo ist auch. 207. Wie ist denn? 8, 9, 10, 11, 12. Ja passt. So. Dann bedanke ich mich bei euch fürs zu gucken. Bis zur nächsten Folge. Lacht mir ein Like und ein Abo da. Besuch mir auf meinen anderen Kanälen. Auf Kik. Auf Twitch. Und auch auf meinem anderen YouTube-Kanal. Bis dahin. Und Tschüss.